Oder schiessen die auch auf den? Vielleicht ist das ja extra. Hm. So, ran. Oh ne, das sind ja alles Spieler, sehe ich gerade. Oh shit, ja, ich sehe da, wie der dir... Oh! Das ist krass, ne? What the fuck? Ja, 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 genau. Was ist mit dem nicht normal? Au, au, au. Genau. Boah, was verschießt der denn? Den Torpedowürfer möchte ich auch haben. Ach du Scheiße. Was läuft mit dem falsch? Aber der ist gleich down tatsächlich, ey. Hätte ich gedacht. Ja, 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 aber... Oh, nein! Oh! An mir vorbei. Oh, Scheiße. Den habe ich auch noch nicht gehabt. Also gekillt. Krass. Nein, aber ey, schau dir mal an. Oh, ho, 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 ho. Das ist ja nicht mehr normal. Oh, Torpedos haben wir... Wie eine Torpedogatling, ey. Das ist ja nicht normal. Boah, ich sehe den gar nicht mehr. Es ist alles raus. Ja, ja, ey. Ja, jetzt ist er weg. Drei ein. Los geht's. Säge. Das ist ja nicht normal. Wo hab jetzt zu sein. Ich sehe die zwei. Oh, es ist ja nicht normal. Oh, ich sehe die Drei.